Peter Klein, hat der Ex-Mann von Iris Klein eine neue Freundin? Peter Klein ist durch seine vermeintliche Affäre mit Yvonne Wirke und den Rosenkrieg mit Ex-Frau Iris zum Gesprächsthema des Jahres mutiert. Jetzt ist der Stiefvater von Daniela Katzenberger Kandidat bei Borme Big Brother. Peter Klein lebt seit dem 20. November unter die Fittiche von Borme Big Brother. Inzwischen dürfte der Stiefvater von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser aber längst nicht nur treuen Reality-TV-Fins ein Begriff sein. Immerhin hielt sich der Schlagerfin durch seinen Rosenkrieg mit Iris Klein monatelang wacker in den Schlagzeilen. Papa Peter, warum ist Peter Klein eigentlich bekannt und berühmt? Mit seiner Beziehung zu Iris Klein wagte Peter damals auch den Schritt in die Öffentlichkeit und als Teil des Katzenberger Clans durfte er sogar im TV-Format von Stieftochter Daniela auftreten. Sein Debüt feierte Peter Klein in der Doku-Reihe Natürlich Blond, die 2011 ausgestrahlt wurde. Daniela Katzenberger hat Peter Klein stets Papa Peter genannt, obwohl er nicht ihr leiblicher Vater ist. Peter Klein, Stiefvater von Daniela Katzenberger war im Sommerhaus der Stars. Am Schlusspunkt 2020 zog Peter, der 2019 mit Iris nach Mallorca ausgewandert war, gemeinsam mit seiner Gattin ins Sommerhaus der Stars ein, und nach einem kurzen, sehr enttäuschenden Aufenthalt auch wieder aus. TV-Sendung mit Yvonne Wirke, Peter Klein sollte eigentlich mit Iris Klein teilnehmen. Bei Wettkampf in vier Wänden, die ultimative Bau-Challenge sollte Peter 2023 eigentlich zusammen mit Iris sein handwerkliches Können unter Beweis stellen. Die Ehe des gelernten Malers und Lucky Res ging allerdings zwischenzeitlich in die Brüche. Peter nahm trotzdem an der Sendung teil, zusammen mit Yvonne Wirke, also ausgerechnet den Frau, die an der Trennung von Iris maßgeblich beteiligt war. Nach angeblicher Affäre mit Yvonne Wirke, Iris Klein trennt sich.Anfang 2023 ging es für Peter Klein mit Schwiegersohn Lucas Cordalis nach Australien. Und während der Schlagersänger im Dschungelcamp um die Chrone kämpfte, erlangte Peter Klein unrühmliche Bekanntheit durch eine angebliche Affäre mit Ex-Miss Germany Yvonne Wirke, die Dschungelkönigin Jamila Rovenach Down Under begleitet hatte. Fremdgeh-Skandal, was ist wirklich bei Yvonne Wirke und Peter Klein passiert.Zwischen Klein und Wirke soll es mächtig gefunkt haben, wie die Presse berichtete. Für Iris brach derweil auf Mallorca eine Welt zusammen. Und obwohl Peter mehrfach seine Unschuld beteuerte, spielte sich auf Iris Instagram-Account ein Hollywood-Heifes-Drama ab. Schließlich zog die Katzenberger Mama den Schlussstrichpunkt im AZ-Interview, Peter Klein rechnet mit Ehefrau ab. Auch nach Peters Rückkehr nach Hause bekam das Paar die Kurve nicht mehr. Iris zog aus der gemeinsamen Finca auf Mallorca aus. Die Beziehung habe Peter endgültig beendet. Offenbar machte Iris Eifersucht dem 56-Jährigen schon länger zu schaffen, wie er der AZ verrät, Iris wurde kontrollsichtig und das hat mich extrem genervt. Punkt Die öffentliche Schlammschlacht habe ihm sehr zugesetzt, ich habe nie Hit bekommen. Und dann auf einmal, von heute auf morgen, bist du der Fremdgänger, der Schwein, die Sau, die die Frau betrogen hat. Silke Katzenberger nahm Peter Klein in Schutz. Iris habe laut Peter kein Interesse daran gehabt, die Dinge privat zu klären und sich stattdessen lieber an die Medien gewandt und ihre Reichweite auf Instagram genutzt. Auch die Statements von Jenny Frankhauser, Daniela Katzenberger und Lucas Cordales halfen dabei nicht weiter. Fast die gesamte Familie stellte sich geschlossen hinter Mama Iris, mit Ausnahme von Schwiegertochter Silke Katzenberger. Die ist mit Iris Sohn Tobias verheiratet und nahm Peter in Schutz. Iris ist auf alles und jeden eifersüchtig. Peter darf ja nicht mal auch nur einer Frau hinterher gucken, da flippt sie komplett aus. Auch wenn er weibliche Follower hat, kann sie damit nicht umgehen und macht ihn fertig, erklärte Silke gegenüber Bild. Iris Eifersucht soll es sogar so weit gehen, dass sie den Kontakt zu Peters beiden leiblichen Töchtern unterbunden haben soll. Peter Klein zeigt seine Söhne aus vorheriger Beziehung. Mit seinen Söhnen aus einer ehemaligen Beziehung hat Peter scheinbar noch Kontakt. Die beiden stehen nicht in der Öffentlichkeit. Im Dezember 2018 postete Peter allerdings ein gemeinsames Foto auf Instagram. Dazu schrieb der ehemalige Bodybuilder, meine Jungs. Mit Iris hatte der 56-Jährige keine gemeinsamen Kinder. Mit Yvonne Wirke könnte Papa Peter, wie er liebevoll von Daniela und Jenny genannte wurde, aber nochmal in die Vaterrolle schlüpfen. Die Schauspielerin wünscht sich nämlich sehnlichst ein eigenes Baby. Sind Peter Klein und Yvonne Wirke ein Paar? Offiziell sind Yvonne Wirke und Peter Klein kein Paar. Vor allem Yvonne beharrt darauf, dass sie und Peter nur Freunde seien. Klar ist, der Stiefvater von Daniela Katzenberger könnte sich eine Beziehung mit der Blondine vorstellen. Kommt nach Promi Big Brother die Schlagerkarriere für Peter Klein? Neben seiner eher unspektakulären Reality-TV-Karriere verfolgt der gelernte Maler und Lackierer bereits seit längerem ein weiteres berufliches Ziel. Peter Klein will Schlagerstar werden. Das scheint in der Familie zu liegen, denn auch Stieftochter Daniela Katzenberger wagte sich in diesem Jahr bereits bei keinem geringeren als Florian Silbereisen auf die Bühne, um ihren neuen Song zu performen, diesmal ganz ohne Ehemann Lucas Cordalis an ihrer Seite. Von solchen Auftritten kann Peter Klein aktuell nur träumen. Auf den Punkt 2011 wagte er sich in die Castingshow X-Factor und scheiterte kläglich. Das Jurorenteam, bestehend aus Sarah Connor, Döbrenner und Das Burr ließ sich von seinen Gesangskünsten nicht beeindrucken. Dabei brachte Peter bereits damals Erfahrung als Schlagersänger mit und trat schon zusammen mit Iris auf. Aufgegeben hat der Hobbysänger allerdings nicht. Nach der Trennung zu Iris will er sich auch endlich musikalisch entfalten. Mit Das kann doch nur der Anfang sein ist der erste Klein-Hit auch schon da, der große Durchbruch lässt noch auf sich warten. Wegen Sat.1-Vertrag, Peter Klein hat Dschungel-Kim-Verbot. Mit seiner Teilnahme an Bormi Big Brother baut Peter Klein auch seine Reality-Karriere weiter aus. Auch als Kandidat fürs Dschungel-Kim käme Peter Klein für die Trash-TV-Fans in Frage. Anbieten würde es sich. Immerhin stahl der ehemalige Bodybuilder den diesjährigen Kandidaten bereits vom Hotel aus die Show und Ex-Iris wagte sich 2013 schon in den australischen Dschungel. Jenny Frankhauser siegte sogar im Jahr 2018. Doch Peter Klein wird vorerst nicht bei Ich bin ein Star, holt mich heraus dabei sein. Im geheimen Promi Big Brother-Kandidaten-Vertrag soll es nämlich eine Klausel geben, die Peter Klein die Teilnahme am Dschungel-Camp untersagt, wie Bild berichtete. Offenbar dürfen die Teilnehmer der Sat.1-Show für einen Zeitraum von drei, vier oder sechs Monaten nicht in anderen Reality-Formaten auftreten. Da Promi Big Brother im November im TV läuft und das Dschungel-Camp bereits im Januar in die nächste Runde geht, bekommen die Fans den Schlager-Fan wohl vorerst nicht in der australischen Wildnis zu sehen. Vielleicht kehrt Peter Klein ja 2025 nach Down Under zurück. Die ganze Nation konnte bei Beziehungsproblemen zusehen. Er wolle sich nicht vor der ganzen Nation hinsetzen und die Beziehungsprobleme besprechen, hatte Peter noch erklärt. Doch in der Nacht auf den 23. November gab es dann doch eine Art TV-Paar-Therapie zu sehen, bei der auch er auspackte. Das Ex-Paar sollte zuvor unabhängig voneinander Fragen beantworten. Die Antworten schauten sich die beiden dann in der Live-Sendung vom Mittwoch gemeinsam an. Iris bereue heute, dass sie sehr emotional reagiert habe und als betrogene Ehefrau sei sie rachsüchtig gewesen. Sie habe sich damals gewünscht, dass er sich mit ihr an einen Tisch setzen würde und dass er ehrlich sei. Peter hätte um sie kämpfen sollen und die Ehe laut ihrer Aussage auch retten können. Er wiederum sagte, dass Iris die Gerüchte in die Welt gesetzt habe. Und er hätte gerne von ihr gehört, warum sie immer wieder über ihn Lügen verbreitet habe. In Bezug auf die Beziehung gebe es für ihn zumindest keine Hoffnung mehr. Sie ist nicht mehr die tolle Frau, der sie damals war. Iris habe sich zu ihrem Nachteil entwickelt. Im Live-Sendung der Show brach Iris in Tränen aus. Er habe gehört, dass sie mit dem Gedanken hergekommen sei, sich mit ihm auszusprechen, erklärte der 56-Jährige, und er fragte, warum sie dies nie persönlich gemacht habe. Sie habe ihn beschuldigt, dass er ein Fremdgierer sei. Und Iris verlange von ihm eine Entschuldigung für Dinge, die er nicht gemacht habe. Sie habe ihn monatelang durchs Internet getrieben. Ich habe es öffentlich gemacht, meinte sie. Es habe aber nichts gegeben, was man hätte öffentlich machen können, entgegnete er. Du hast mein Leben zerstört. Du hast mir den Boden unter den Füßen weggezogen, warf sie ihm vor. Sie wolle, dass er ihre Scheidungspapiere unterschreibe, was er aber nicht tun werde. Ich habe stattdessen eigene Scheidungspapiere erstellen lassen. Egal welche Unterlagen schließlich irgendwann unterschrieben werden, Milski dürfte sich wohl geirrt haben. Was wird Peter Klein bei Promi Big Brother 2023 verraten? Peter Klein, der Promi Big Brother 2023 bereits jetzt gegenüber Sat. Eins als große mentale Herausforderung bezeichnet, möchte ganz klar Vollgas geben. Schon im Vorfeld zeigt sich der Realizity wie Neuling kampflustig und ehrgeizig. Er möchte das Ding rocken und die Gewinnsumme in Höhe von 100.000 Euro mit nach Hause nehmen. Doch nicht nur das, in erster Linie möchte er sein Bad Boy-Image abstreifen und die ZuschauerInnen von seinem wahren Charakter überzeugen. Zwar verrät er während eines Interviews im Sat.1 Frühstücksfönsehen, keine dreckige Wäsche im BBB-Haus waschen zu wollen, jedoch an ihn gerichtete Fragen ehrlich zu beantworten. Keine Frage, spannend bleibt es in jedem Fall, was Peter Klein aus dem Nähkästchen ausplaudern wird.